Ja und damit herzlich willkommen zurück zu letztem Bauing of Life Forest Wir sind auf dem Weg hin zu bauen und machen die Quest weiter Hallo? Power? Wäre ich nicht mehr getan? Ich habe nicht mehr getan Ich habe nicht mehr getan Ich habe nicht mehr getan Den Baum Errungsscher freigeschaltet innen auf Raum Das Wasser von Nebel floss einst durch den Baum Jetzt ist er verdorrt und von innen vertrocknet Wir müssen den Fluss wieder herstellen und das Herz des Kinsobaums finden Drücke weh zum Verlassen Ne, ich will da weitermachen Irgendwie da oben schon treffen Ok Ach geil, jetzt sind wir auf der anderen Seite so gesehen Wir sind von da reingekommen Ach wie geil, jetzt ist das so am Ende fertig gewesen Ok zu einem auf der anderen Seite schon Und das beror ist vorbei runter nach Nein 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 natürlich werden wir noch was geheimnis ok hier können wir speichern nichts mehr perfekt oh die kann man nicht anreifen ich denke man muss hier rein oh god ok Ja. Ups. Hä? Hey. Na, wir sind tot. Ja, komm. Ich hab jetzt mich auch nicht mehr gewehrt, weil... So, jetzt mach ich das. Weg ist. So, ja, dreh dich. Okay. Hier hoch. Ah, scheiße, okay, ich seh grad. Alter, alter Riesen. Äh... Warum ist die jetzt nicht gesprungen? Die, der, ich weiß es nicht. Ich weiß es. Ich mag das nicht. Alter Riesen. Alter Riesen. Alter Riesen. Okay. 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 Nein, 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 nein. Oh, nein, nein, nein. What? Wie ist das? Ich muss mich nicht in der Zeit gehen. Jetzt sind wir da. Das war's für heute. So, wieso sollte man es machen? Ok, Moment mal. Was ist denn da? Warum kann ich nicht da runter? Was ist denn da? Ok, Moment mal. Nee. Ist das vielleicht irgendein Secret? Ich glaube man muss, es kann sehr gut sein, dass man in irgendein von diesen Dingern reinspringen muss. Da muss man da oben rauskommen. Das würde ich... Das würde man ja reparieren können. Ja. Ok, schade. Ok. Ah, guck mal, ich gehe da runter. Wo ist denn jetzt? Ach, scheiße. Äh. Oh Gott. Scheiße. Ja. Ich bin. Ah. Oh. Scheiße. Oh. Wow. Okay. Wow. Was ist das für ein Shit? Was war das denn? Ich bin nicht die Garten, nur bin ich. Hier, hier? Noch vor Wörner geht's nicht, ne? Wie ist jetzt hier, Lann? Hier, okay. Hey, hier, 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 jetzt. Wie geht's hier? muss es testen ach so wo muss ich ich weiß nicht überhaupt ich muss ich 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 weiß ich 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 Ah, ich hasse es. So muss man wahrscheinlich nicht. Okay, so komme ich mal nicht wohl. Hilfe! Okay. Hey, Alter. Hey, das ist bestimmt wieder ein Typ. Rief aus dem Innern dieses Stammbaums, höre ich die Schreie des Entsetzen. Reem war abil. Er sprintete durch die Luft. Höre auf seine Stimme, denn er verbreitet die Beißen. Die Seelenverbindung ist bereit. Licht absorbieren. Du hast das Stoßen erlernt. Und diese Fähigkeit zu benutzen musst du bei Laternen oder bei feindlichen Projektilen teilen. Und dann in die Richtung zielen, wie du losstürmen möchtest. Projektile werden in die entgegengesetzte Richtung umgelenkt. Was? Okay, Laternen oder feindliche Projektile gedrückt halten. Okay. Okay. und es kostet auch keine energie da heißt dass ich krass und triple du kannst deine feinde stoßen das öffnet natürlich wieder neue das kann man wahrscheinlich auch aber ich habe immer noch mein luft man kann kein ich kann auch frühzeitig loslassen aber es ist sehr kompliziert man darf nämlich zum beispiel keinen ja ja ...we're kind... Ja, ich habe das gehört. Hallo? Lass... ...ehh... Ey. Glück ab. Ey. Aber wie? Ah, ich bin schon. Ich glaube es zumindest. Der Pfeil hat sich einfach umgedreht. Hehehe. Natürlich. Das ist zu hoch, ne? Jo. Geil. Danke. Danke. Danke, Spiel. Ja, ja, ja. Danke. Danke. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. Das ist aber gut, komm! Warte, wie ließ muss der Winkel denn hier sein? Wie komm ich denn an das Ding da unten ran? Ah, okay... Okay... Komm! Als ob! Das ist aber gut, komm, komm! Yes, Alter! Das war schon schwer und ich muss speitern, weil sonst bin ich tot. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!